So, da wären wir wieder. Wir wollten jetzt anfangen mit dem ersten Part. So, man kann hier halt immer, also meistens entscheiden, wo man hingehen möchte. Doch man sieht auch hier, was man dazu braucht. Also die Leitern sind die Kanalschächte, das Feuerzeichen. Dafür braucht man etwas Besonderes, was wir hier kriegen. Und dieses Zeichen ist die Flagge. Also gehen wir zur Police Station zuerst. Und wer antwortet uns da? Natürlich die Polizisten. Aha! Und da hätten wir schon die besondere Waffe, und zwar C4. In diesem Spiel wird C4 sehr wichtig. Hey, listen buddy, grab some Explosives and get back to the sewer. Go to the gas station. That's where you'll need to blow the fuel tank. Just go through the sewer you came from. Ja, so, wenn wir hier lang gehen würden, ginge nicht, sagt er ja schon, dann würden wir so fett erschossen werden. Äh, deswegen... Oh ne, jetzt ist er das nochmal... Oh... Gut, also, auf jeden Fall, können wir hier nicht mehr lang. Dementsprechend holen wir nur das C4. Okay. So, also gehen wir wieder zurück. Oh, hier lang. So. Und wir können einfach so, wie wir herkamen, wieder zurückkommen. Komm, gehen. So, und jetzt können wir zum Post Office, und dazu ist das Zeichen da. Ähm, nämlich, zum Zerstören von Gegenständen. So. Yo, Mann. Ich muss dich sprechen. Die sind immer als Tipps da. Die, also, zweimal. Hab ich sie bis jetzt gesehen, aber... Schau mal, du hast ein paar C4 gefunden. Alles, was du jetzt tun musst, ist, die Gasstation schlagen. So. Also, ich hab das Spiel schon einmal durchgehabt. Dementsprechend... So, da hätten wir unsere erste Zweihand-Kampf-Waffe. Oh, yeah. So, und ich finde, dafür, dass es, keine Ahnung, 2000 hergestellt wurde, äh, sieht das echt gut aus. Mit dem Feuer, das gibt es immer noch nicht, aber, naja. Nix ist perfekt. Keine Ahnung, Pal. Keine Ahnung, keine Ahnung, bis Isabella frei ist. Okay. So. Da hätten wir... ...wieder ein... ...Sever. Hm. Naja. Auf jeden Fall... ...machen wir den mal auf. Man muss sie nicht aufmachen, doch ich mach so viele wie möglich auf, da man sich dadurch dann schneller durch die Level teleportieren kann. Also, nicht teleportieren, einfach, wenn man sie aufgemacht hat und dann, äh, genau, und dann wieder nach Hause geht, also durch irgendein Rohr, kann man sich dann an die verschiedenen Orte teleportieren. Also, man kommt halt aus denen raus, wo man schon war, so, die man schon aufgemacht hat von oben, da man die nicht von unten aufkriegt, aus irgendeinem Grund, den keiner kennt. So, wir müssen jetzt die Gas-Dingen-Sinn-Bumsen kaputt machen, denn da oben sind die Sniper. Und die Sniper... ...da drüben waren wir und wurden erschossen von den Snipern. Also, ja. So, C4 ist immer auf Zeit, also in diesem Spiel, da haben wir immer 10 Sekunden Zeit, ungefähr. Und dann gucken wir denen mal beim Brennen zu. So, dafür haben wir wieder Erfahrungspunkte gekriegt. So, die sind schön knusprig. Also, wenn ein Kannibale vorbeikommen will, muss er sich nicht anstrengen. So, dann gehen wir mal wieder. Außerdem ist dieses Dingensinn-Aufmachen auch gut, um schnell von Orten zu verschwinden, wo man noch nicht hin sollte. Und wo es einfach noch viel zu schwer ist. Oh, da ist jemand müde. So. Achso, ich nehme das immer, ähm, levelweise auf. Also, wenn wir diese Mission jetzt zu Ende gebracht haben, dann werde ich einen Schnitt machen und dann kommt die nächste Mission dran. Dankeschön, Freund. Schön, dass die Snipern rauskommen. Hör, wenn du die Polizeibekannte infiltrieren, würde ich dir den Subway-Tunnel benutzen. Oh, ja. Schon hätten wir das nächste Problem. Böse Männer. Die Level sind nicht sonderlich lang. Eigentlich immer rund 10 Minuten ungefähr. Wenn man halt extrem schlecht ist. Dann halt auch mal 20 Minuten. Aber am Ende schadet es ja keinem. Außer mir. Oh, ich bin ja so behindert. Niemand schafft es, sich selber zu verletzen. Außer ich. Das ist... Na, stirb. Hey. Hey, 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 hey. Das ist nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Lass mich in Ruhe. Lass... Lass... Lass mich in Ruhe. Brennt. Ey. Wofür ist brennt? Da seid ihr keine Jugendlichen. Ja, genau. Seitwärts. Ja, genau. Oh, genau. Oh, genau. Ah, ho, ho. So. Na ja. Es ist ja gerade mal Morgen. Und Morgenstund hat Gold im Mund. Ha, ha, ha. Da sieht man sogar den heiligen Strahl von Jesus. Oder... Ach, nee. Das ist... Ja, genau. Sag ich auch immer. Es ist so aus, als wäre gerade hier diese, ähm, Flugzeug und so, Turm und kaputt. Und hier, Chernobyl oder keine Ahnung, wie das... Hey, könntest du bitte... Ja, danke. Äh, du auch? Danke. Äh. Danke. Achso, hier sehen Headshots auch als... Na. Als Headshots, also... Wenn ich jemanden... Oh. Guten Tag. Ihr wollt brennen. 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 Dann dürft ihr brennen. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey, nicht unfair. Hey. Ich hab gesagt, nicht unfair. Unfair ist unfair. Nein. 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 Boah, ihr seid so fies. Aha. Ihr seid so fies. So. Jetzt gibt es einen hinten Ankommenschlag. Der bringt euch alle um. Na. 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 Du gehst da nicht ran, Junge. Du impf als nicht. Hey. Hey. Ach da. So. Ja. Genau. Seitwärts. Beweg dich auch gar nicht mit. Na ja. Nein. Nein. Bitte nicht. Nein. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Schnell springen. Oh. Cool. Oh. Wie gesagt. Ich hatte nie erwähnt, dass ich sonderlich gut in diesem Spiel bin. Und das sieht man ja jetzt auch. Oh. Schnell, schnell, schnell. Weg. 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 Und. Ich hab ihn drüber. Hoffentlich gibt es jetzt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh nein. Nein, bitte nicht. Oh nein. Oh nein. Hey. Bam. Brenne. Ungläubiger. Brenne. Komm her. Hä? Komm her. Kannst du knicken. Und du ebenfalls. Bam. Ey. Ich bin Killermeister. Eins, zwei, acht. Boah. Hammer. So. Jetzt gibt es hier nur noch 80 Gegner. Und dann. Hätten wir diese. Boah. Niemand hat mich gesehen. Haha. Ähm. Ich habe das Gefühl, wenn man das zum zweiten Mal spielt, werden die Missionen etwas sehr schwerer. Oh nein. Das wird es mich doch verarschen. Nein. Oh. Naja. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder an der gleiche Stelle. So. Da wäre ich wieder zurück. Hat nicht lange gedauert. Ähm. Wir dürften nur noch der dort sein. Und dann geht es auch schon weiter. Nein. Ah. Gut. Das war ja gar nicht mal so schwer für das erste Level. Das war ja nur wieder ein klassisches Können von mir im ersten Level. Es ist immer so bei mir. Egal bei welchem Spiel Als wenn ich ein Spiel Zum 50. Mal gespielt habe Ist in- und auswendig kenne Dann Verliere ich trotzdem Den ersten Level Oh ja Genau Das hat uns Das hat uns weitergebracht Und irgendwer schlägt nicht Ich glaube nicht Ich glaube nicht Gut das könnten eigentlich alle machen Sich von mir wegdrehen Dann habe ich es leichter So heilen wir uns mal Hey Das war doch mal Ungefähr So Dann gehen wir mal weiter Schreck mich doch nicht so Hey, 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 hey Over here Over here Ah, da ist nämlich so kleiner Da guckst, da Du Oh, die ist wichtig, wichtig Die Kleine So Da wollen wir mal Unsere erste Flagge Na ja Bist schon baggy Na ja Sagen wir mal nix So Und los geht's So Okay Sechseinhalb Minuten Geht ja immer noch Okay Und Gehen wir zurück zur Rebellenbasis So Da ist sie auch schon Und Wie wir Zur nächsten Mission weitermachen Ähm Seht ihr im Nächsten Part Achso Ja Okay Im nächsten Part Tschüss